Hallo, ich bin Vincent Lexau und ich gebe Ihnen einen kleinen Überblick darüber, wie einfach es ist, für uns Lerninhalte zu erstellen. Erstmal kurz zu uns. Wir, die Deutsche Angestelltenakademie, sind ein gemeinnütziges Unternehmen, das Weiterbildungen für jedes Bildungsniveau anbietet. Um unseren Teilnehmern bundesweit eine gleichbleibend hohe Qualität bieten zu können, haben wir eine Lernplattform. Auf dieser Lernplattform stehen sehr, sehr viele Lerninhalte in Form von Lernmodulen für unsere Teilnehmer zur Verfügung. Zur Erstellung dieser Module brauchen wir Ihre Expertise. Damit Sie jetzt sehen, wie einfach es ist, Lernmodule für uns zu erstellen, gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick. Ein Lernmodul besteht immer aus einer bestimmten Zeit von Lerneinheiten, in denen der Teilnehmer in diesem Modul lernt. Eine Lerneinheit hat 45 Minuten. Zeiten, die der Teilnehmer mit Arbeitsaufgaben verbringt, gehören in die 45 Minuten hineingerechnet. Ein Lernmodul sieht so aus und besteht aus der Einführung und unterschiedlichen Kapiteln. Jedes Kapitel enthält Lerninhalte, die Sie in Form von Videos, Podcasts, PowerPoint-Präsentationen oder einfach nur Text zur Verfügung stellen. Und am Ende muss der Teilnehmer eine Aufgabe bewältigen, die Sie ihm gestellt haben. Für diese Aufgabe stellen Sie die Musterlösung zur Verfügung. Nachdem der Teilnehmer alle Kapitel durchgearbeitet hat, kommt sein Endgegner. Der Abschlusstest. Dieser Test wird von Ihnen auf Grundlage aller Kapitel erstellt. Auf unserer Website, den Link sehen Sie hier unten, finden Sie alle Module, die in kommender Zeit erstellt oder aktualisiert werden müssen. Melden Sie sich, wir freuen uns auf Ihre Expertise. Wir sehen uns auf jeden Fall, wir sehen uns auf jeden Fall, wir sehen uns auf jeden Fall.